Ich finde das bei Harry sehr, weil das so, die waren Kinder in der Schule, man konnte sich relaten, jedes Jahr ein neuer Teil, man ist so mit ihnen aufgewachsen. Ich habe das halt nie geguckt, Digga, auch damals. Ich glaube, bei Harry ist es sogar schwieriger, wenn man das noch nie geguckt hat und man ist schon erwachsen, das zu gucken. Digga, ich bin nicht so jung, ich bin 21. Ja, maybe, maybe. Hey Leute, der Weise möchte sprechen. Es geht. Der Quarkige kommt zurück. Micky? Max, ich werde es dir zeigen, wenn er besser ist, ich werde ihm die Fresse einhauen. Ich war gruselig sauer. Micky wirft immer im Early Game, weil er denkt, ist ja eh egal. Eine Bombe auf euch und zieht euch auch mal gerne ein Ding, achtet da mal drauf. Oh nein, es ist die Ente in ihrer Prime mit der Mütze mit Sherlock-Ente. Oh nein. Oh, sie ist gefährlich, ich weiß ganz genau. Digga, ich weiß nicht. Oh, ich war rückgeworben, Bitch. Aber ich bin nur nicht der Einzige. Hat einer von euch, Alexandria 2 und findet nicht auch, dass es leicht nach Jackie Cola riecht? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, es riecht, es riecht genauso. Es riecht wie Jackie Cola. Und dann ist da noch irgendwas. Das müsste eigentlich mein Duft sein, glaube ich. Ganz komisch. Wie aggressiv sind die denn, Alter? Hey, 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 hey. Digga, er ist der Beste. Oh, hab ich gerade einen aufgespielt. Micky ist tot, weil er dann die Tür geholte. Manfred. Digga, er war so gut. Gib den Fickhasen meine Schelle, Alter. Was ist denn? Wer ist hier? Den legt er sich hier an, hä? Vakuum ist... Auf geht's, Bastard, ey? Ey? Manfred. Was ist denn, Kacki, ey? Digga, wieso komm ich da nicht hoch, Mann? Sag meinen Namen. Micky wirft Bomben auf Rohrath. Ey, Fickhasen. Magst du fresse jetzt? Okay, Kacki. Sprecht meinen Namen aus. Ey, wer von euch hat mich getroffen? Steh auf, Manfred. Mann, Alter. Ey, mir Kiki geben. Fick ihn. Was ist die Ente? Sie kann sich beweisen. Die Ente wird... Die Ente kann sich beweisen. Digga, der Fuchs, Jungs. Der Fuchs ist so gut. Ja, der hat mich auch rausgehauen. Nein. Digga, er ist so ein Nuppen, ne? Ja, der Fuchs. Der Fuchs fickt uns. Jungs, wir müssen auf den Fuchs. Wir müssen wirklich auf den Fuchs. Der Fuchs hat euch alle drei getötet. What the fuck? Es ist das Bündnis der beiden Fettviecher. Das können wir nicht bezwingen. So, wenn noch ein mächtiges Dibberhut am Start. Aber schau doch, was die Mocker macht. Rohrth spielt halt ein Spiel so... Oh, was der Bombe. Hilfe. Rohrth spielt nicht so auf das Ziel. Der spielt sehr sicher. Ja, ist gut. Der will über Endgame hier über Dings zahlen. Fünf Hauptpäte, die beiden holt Rohrth. Aber die werden ihm gleich eine Bombe zwiebeln. Ja, ist sauber. Oder er hat mir eine Dingel gegeben in der Luft. Holy shit. Ey, die sind krass, ne? Ja, die sind gut. Soll mal richtig reinhängen. Okay, ich muss konzentrieren. Und die Ente gibt mir. Ist das meine? Ich kann das nicht. Bam. Fuchs nehmen. Was willst du, Fick-Hase, mit deinen SWAT-Dings, hä? Fickt hier sofort die verfickte Ente. Fäger, der Fuchs. Fick ihn, fick ihn, fick ihn. Fick ihn. Guck mal, bitte, wie er mich ziehen kann. Bitte, guck das an. Last thing, du. Ach, du bist so. Fick er. Ich hab ihn, ich hab ihn, aber kam die Katze. Jungs, ich hab mich geopfert für den Fuchs. Bitte. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Heli, mach doch bitte was. Nein, ich spiel jetzt auch so. Aber die nehmen ja die Items, bro. Ja, chill. Bamm. Bamm. Bamm, Bamm, Kige. Mir rennt der Autor hinterher. Der Autor. Hä? Wir brauchen den Otter, wir brauchen den Otter, Jungs Willst du da was haben, willst du da was Hast du ein Problem? Hab ihn Schade Alles gut, ey Gotti lass mich los Hä? Ich bin ausgerutscht Ich bin ausgerutscht Ich bin auch ausgerutscht Boah die Ente Zwei gegen eins, zwei gegen eins Boah sie ist so am Kämpfen Ja, ja, ja Geht auf den Otter Nimm ihn mit einfach, nimm ihn mit Gut, jetzt, mach mit den Otter Scheiße Mach mit Boah Du willst doch nicht, stinker sau Was ist? Was ist? Ich bleib vorne, ne? Na ja, wenn der Otter Scheiße, er kommt Naja, auch wieder heut Ich muss euch eine Meldung machen Pass auf die Bananen auf Michi hat ein mega Lachkampf Und rück die ganze Zeit Bananen auf die Ente Nicht Deswegen ist sie raus Nee Das ist schon wenig raus Fort, du bist ein Silberrücken Gut, haben wir Was ein Rücken Und deswegen Muss einer von uns immer nach vorne bleiben Und einer macht da immer hier kein Täter Du willst du endlich vorschau, aber ich mach grad was da ist Boah, ich hab ein Ding bekommen, Jungs King Kong liegt Und wem? Wird es? Digga, sie gehen zu dritt auf mich, ich kann das nicht Wie kann ich damit schießen? Mit diesem Bogen Gibt es denn für einen Kick, ja? Äh, A2 glaube ich A2, oder A4, A4 glaube ich Hab ihn! Schmeiß den raus Ich fick den Fickhasen Ich mach den Fickhasen weg Hier, du Fickhase Hier! Steig, Robert! Oh mein Gott! Der Fickhase! Guck mich mal Na, Digga Der ist so krass, ne? Der Fuchs Was ist das? Es gibt ne Bombe, Jungs Es gibt ne Bombe vom Kahl Ich hab den Fuchs Oh, ich hab den Fuchs rasiert Ach, Digga Boah Hab ich dich gettet? Bitte guckt Bitte guckt euch das an, Chat Wir einfach zu dritt teilweise Auf den Böffel hier gehen Scheiße Schere so oben Oh nein Nicht die Banane Ich hab mich selber rausgekalt Schöne Bombe, der voll die weg geht Boah, wie gute, voll die Bombe Boah Ich bin ausgerutscht Ich hab den Hasen Bombe kommt, Tokay Nein Hast du den Fuchs eine gegeben? Machst du nochmal Bunker auf? Digga, sie ziehen mit beiden raus Der eine hält der Bombe weg Ach Digga Anders drauf nicht Die sich opfern Das Ding ist over Nein Einfach Kamikaze Unerträglich, Digga Okay, stark Die Musch Musch Wer hat ne Bombe? Oh mein Gott Ach Digga Dieser Fuchs ist so krank Digga, Roat spielt so einen auf Geistisch krank Doch war gut Danny, war gut Der Hai müsste weg sein Eins gegen zwei Roat Digga, er ist so ein Macher Silber und so Ja, ja Roat spielt richtig häng auf Roat spielt richtig häng auf Star spielen Guck mal Roat an Guck mal Roat an Guck mal Roat an Scheiß auf angreifen Nicht auf angreifen Nicht angreifen Einfach immer Steh hier vorne Hey Die wollen alle auf meinen Arsch Ich hab'n blauen Arsch Ich hab'n blauen Arsch Ja du Wichst auch da Alter Scheiß auf den Sitz bekommen Die wollen alle Der will nur meinen Arsch Oh mein Gott Ich bin selten Hundertprozentig Es sind wieder drei Leute Bitte guckt euch das doch mal an Chat Ich kann das nicht Guck mal Es halten mich beide fest Boah ich hab'n beide rausgefickt Ich weiß nicht wie Aber ich hab's getan Ach du Kacke Digga, Micky, du hast zwei Spieler gefickt Ja Eins gegen zwei Die nehm' ich hier nehm' ich auch noch mit Ist viel Stark Cello Geh' du auf Angriff Ich bleib' vorne Geh' du auf Angriff Cello Das ist alles Karma Die wollen da rein Charlie Das ist zwei gegen zwei Das ist zwei gegen zwei Okay Micky hat sich und Danny getötet Das tut mir leid' aber jetzt Was ist passiert Ich gar nicht überleg's mehr Ich geh' nicht mehr auf Angriff Angriff ist super Quatsch Du hast mich mit der Bombe verärgert Das König ist hier Du weißt es ganz genau Der Arne war halt Karma aus der Hölle Das wär' Wahnsinn Ja Zeig das sofort Danny Digga die Bandanschale war krank Nein, ich bin dead Ja, was soll ich machen Dann brauchen wir den Gotti Ich bin da Ich bin da Ich bin da Mein Bein, Junge Ich kann nicht mehr laufen Er hat sich so abgeschossen Der Laufer fickt den Muschmusch Wir brauchen die Muschmusch Der Bein ist kaputt Lauf Muschmusch Den Otter eine Gib den Otter eine Die zwei besten von denen sind raus Ja, das war's Schreib den Gotti nicht ab Das ist der Gotti Schreib den Gotti nicht ab Schreib den Gotti nicht ab Der letzte ist raus Der letzte ist raus Gotti einzig eins Gotti oder Lotti Jetzt entscheidet es sich Ich geh den Fisch zum Besten Ich geh den Fisch zum Besten Ich geh den Fisch zum Besten Wir müssen ihn treffen Wir müssen ihn einmal treffen Wir müssen ihn einmal treffen Wir müssen ihn einmal treffen Roll Gotti roll Roll Gotti roll Oh mein Gott Stark War ich? Ja Oh mein Gott Stark Stark Digga Micky das war so knapp Guck mal raus hier Ja Boah Ich mach Platz dafür Ich nutze das Ente Digga Party-Animate-Saison Gutes Spiel Warte ich bin mit aufs Bild Die Quarkige guckst du dir hier an Wie Wie sauer diese Hase Und da hat Manfred unsterblich Man nimmt Diego Okay Jungs Spiel beenden Besser wirds nicht Roat hat geschrieben Besser wirds nicht Roat hat schon geschrieben Boah bin ich kein Fan von Doch Das ist es Zeig mal Bin ich kein Fan von Wir haben es jetzt einmal so gemacht Wie ich wollte Dann einmal wie Edi wollte Jetzt machen wir einmal wie Roat wollte Und dann du Oh gut Finde ich gut Das ist eine Götigkeit Mach den Sound stumm Jungs und Mädels Okay Ich hab ne Creme an mein Auge Deswegen siehts so aus Als wenn so Dings Wisst ihr Das ist eine Götigkeit Das ist eine Götigkeit Das ist eine Götigkeit Ist eine Götigkeit Das ist eine Götigkeit Das ist eine Götigkeit Und dann Und dann Ich hab keine Schule wegen Bahnstreik. Ah, das streiken wir nicht wieder, ne? Stimmt, Digga. Heute sind 8. Ist heute der 8.? Ja. So, Jungs, wie geht's hier bei euch aus mit der Motivation gerade? Gut, ist hier bezahlt. Mit der Motivation, wie sieht's hier aus? Ja, ist hier bezahlt. Ah, hier bezahlt, gut. Unser monetären Huck. Eli, ich will doch dieses Jahr wieder Worms spielen. Ja, wir gehen in Worms. Wir gehen in Worms. Mein Knie kracht voll, irgendwie. Ja, Schlaf-Ribus. Party-Animals größer Worms. Party-Animals größer Worms, sag ich. Ja, aber Worms ist trotzdem geil, sag ehrlich. Ja, kann man machen. Außer man spielt mit einem verkiegten Geeks. Oh, sei nicht der Wirt. Ganz kurz, Jungs, Danny geht's dir gut? Warum? Hatte der vorhin eine Karamellglasur? Der hatte, das ist schon sein zweiter Apfel. Das ist einfach sein zweiter schon. Ich hatte mal wieder meinen jährlichen gesunden Einkauf, wo ich dachte, ich nehm es ab. Den nachst du einmal im Jahr? Eigentlich drei, viermal im Jahr. Na, gut. Na, ich würde es mir nicht bezahlen. Ich brauche wieder meine Idee. Und zwar eine ganz feine Palette hier, sag ich. Ich bin also vermied, der Bastard. Gut, scheiß drauf. Ich bestelle mir die selber, Digger. Gut, dann spille ich mir eine kleine Coke Zero runter, sage ich. Dann gibt es da keinen Witter mit. Gut, ist auch grütisch. Okay. Also ich habe jetzt sechs Stunden Michi's streamen geschaut und er ist durchgehend am Essen. Ja. Ja, ist krass. Der ist das Geisteskrank, ne? Er hat sich mal im Stream, ich glaube. Was war das? 26 Donuts bestellt? Ja. Und der hat ja alle in einem Stream gegessen. Wie war das? 26 Donuts? Hatten sie alle auch gegessen. Und nicht durch die Kleine gemacht, weißt du? Und nicht durch die Kleine gemacht, weißt du? Und nicht durch die Kleine gemacht, weißt du? Niemals. Oder mal 16. Ich bin nicht sicher, oder? Oder 6... Nee, 16 ist aber auch hart. Bruder, wie kann man denn 16 oder 26... Also 26 ist richtig respektlos. 26 klingt erstmal so utopisch, aber als Michi ist, ist es gar nicht so... 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 Oder überlegen, ne? Oder haben die Hanebeige gezogen, vielleicht? Es waren irgendwas um die 20, ja. Es waren doch mehr als 20, auf jeden Fall, ne? Ja, ja, ja. Es waren 23, 24, 26. Das geht doch auch direkt auf die Hüfte, oder nicht? Aber Donuts sind auch so klein. Das ist aber auch schnell gegessen in der Challenge. Aber da ist ja auch... Wenn du Stress hast, geht das schon. Da ist ja auch nix dran, so ein Donut. Da ist ja auch mehr als genug Platz, ne? Und da ist es auch nicht hin. Ja, da kann man ja noch dazu. Richtig. Ey, warum, wenn ich mit meiner Maus rausgehe, ist meine Maus raus? Okay, wollen wir hin? Ja, na, na. Gute Frage. Wenn ihr Bastarde noch einmal mitbauen sucht, Digga, fick ich euch komplett. Wohin, wohin, wohin. Wir haben bisher nur mitbauen. Zwei Runden, zwei Wins, Bro. Ey, Leute, ich bin raus für heute. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen, ja? Max, guten Nacht. Haut rein. Ciao, ciao. Chat, kann mir das einer sagen? Was? Was sagen? Wenn ich in Fortnite bin und dann nach links die ganze Zeit rüber gucke, dann landet irgendwann meine Maus da. Auf dem zweiten Monitor, obwohl ich ingame bin. Kann ich nicht sagen. Ey, Tommy, ich vergesse auch immer wieder Fortnite. Ich vergesse immer wieder so fort. Ich verstehe, was mit dem Spiel. Das war ein CS-Game geworden. Vollbild im Fenster habe ich gemacht. Und in Vollbild gewechselt. Alle mit uns, what? Fertig, mach gleich Bild. Ey, bei mir kratzt komplett, Jungs. Ich weiß nicht, was das ist. Wieso landen hier so viele? Digga, hier landen drei Teams, Jungs. Ey, Jungs, ich weiß nicht, was bei meinem PC gerade abgeht. Ich schwöre auf alles. Wir sind tot. Oh, ich sag mal so, besser wird's nicht, Jungs. Hier, Robert. Mini. Ey, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was das ist. Alle hast'n noch bei mir. Es ist immer noch so. Musst die anderen Games schließen. Ich hab alle anderen Games geschlossen. Passt auf, wir waren sieben, wir waren acht von diesen Schirmen. Was ist denn das hier? Neu. Lobby wird nicht mehr besser, Jungs, sag ich euch ehrlich. Nee, wieder wird ich, glaube ich, so wie jetzt. Bei mir war ein richtiger Gegner. Boah. Merlin hat mir Mozzarella-Sticks gebracht. Jungs, ich weiß euch. Jungs, du hast so eine Macherfrau, ne, Hilfe. Jungs. So eine Macherfrau war Mozzarella-Sticks verfickt. Boah. Jetzt. Das war wegen Warzone. Stark, Chat. Wer hat das geschrieben mit den anderen Games? Gib dem Mann ein Award. Absoluter Macher. Bozzarella-Sticks. Oh, Jungs, kommt zusammen. Brauch ich nicht. Von mir geht'n, Jungs. Ist bauen, ja, what? Ich weiß. Kommt mal zusammen, Jungs, ich hab'n Spritzer für uns. Warte mal, eventuell, ich will's dir ein bisschen auskommen. Ich spritze mich. Kommt her. Micky. Wo ist Micky? Guck euch Micky an. Guck mal. Ich schwöre, ich jetzt sage es, du bist ein Bastard. Er ist einer. Wisst du. Ja, Mann, ich drück' keinen. Guck mal, wo er ist. Ja. Oh. 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 Hattet ihr gesehen, wo er ist? Ich sitze da, mach'n's mit Abtisch. Ich hab' wieder vielleicht den Aluhut auf, Jungs, aber Sahne raus, voll und auf einmal kommt so'n Spritzdinger raus, was einem Bruder fielt. Dann wären wir immer vom Sahne und so'n zu reden. Halt' ich, halt' ich, halt' ich nicht für Zufall, sag' ich ehrlich. Kein Sucher, sagst' du? Nee. Wo ist Miki? Wo ist Miki? Er ist der Bird, Bruder. Guck' ihn dir an. Was macht er in seinem Stream? Er ist woanders. Er macht's mit Abtisch, sag' ich hier. Jetzt kriegt er eine Wahnsinnszeit. Die geht jetzt los. Nein, das stimmt nicht. Hallo, hört ihr mich? Ja. Hallo, hört ihr mich? Ja, leider hören wir dich. Ich hatte Gegner vor mir, ich musste weg. Ihr könnt' gucken, in WOD. Hauptsache, Jungs, wir geben Miki gleich Snipermonie. Da hast du noch nicht gewonnen. Nein. Das ist das Wichtigste. Ja, die ist da nie auf der Zeit, die Runde. Ich hatte'n Gegner vor mir. Einen ganz schlechten Ding. Ich seh' ehrlich, keine Licker nicht bei Warsen, Jungs. Ich seh' kein Licht bei Warsen. Ja, Warsen krach rein. Und das seh' ich mit aller Motivation, mit aller Energie und sonst habe. Auch heute. Ich seh' kein Licht bei Warsen. Ich glaub' wir werden's nicht schaffen. Warte mal. Welche Server sind wir? Normal? Europa. Sehr stark. Sag mal Bescheid, wenn du eine normale... Hast du eine normale Pump? Ich hab' ne Trommel. Dann können wir traden. Ich würd' die normale nehmen. Mit mir? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab' ne grüne. Ne Trommel? Eine grüne normale. Normale hab' ich. Okay, willst du die spielen oder willst du die Trommel? Ich will einfach gewinnen. Was willst du haben? Ja, ich will deine. Ach, komm her. Ja. Aber nur, wenn du mir noch ein bisschen was von der anderen Sachen abgießt. Aber ich... Krone weg. Krone sofort weg. Hier, Feuer ein bisschen raus für mich. Stark. Ich geh' 100% davon aus, dass ihr die Challenge nicht schafft. Ja. Naja, aber wenn wir sie schaffen, ist wieder Lacher-Challenge. Ja, genau. Ja, ich lache. Ja, ich lache. Wenn man sie schafft, ist wieder verlacht und mockt. Ich hab' 1111 Stahl, Jungs. Und wenn wir sie schaffen, ist, wenn wir sie nicht schaffen, sind wir Lacher. Wenn wir sie schaffen, sind wir Lacher. Ja, wir sind also eh gefickt. So ein bisschen was also uns irgendwie ein bisschen Mut schießen. Ja. Aber die geben mir richtig viel Mut. Naja. Geben mir auch sofort einen zweiten Tooling. Ich denke. Vorne sind welche? Miki, bist du bei uns? Ne, der macht seinen Ding einfach da hinten. Ich würd' gerne einfach mal nicht fighten. Guck dir Miki an, Digga. Der ist deshalb fünf Minuten alleine. Ich schwör's dir. Glaubt ihr mir, ich hab' immer noch kein Schild gefunden. Bruder, wenn du zu mir kommen würdest, hätt' ich dir schon 200 geben können. Und Sniper-Munny hätt' ich dir auch geben können. Ich auch, ich geh' pissen. So, ich hab' mir zwölf Mozzarella-Sticks eingehauen, besser wird's nicht mehr. Digga, so schnell, Alter? Speedrun oder wie? War's warm? Sie waren warm. Sie waren warm. Sie haben Käse gezogen. Sie hatten die perfekte Konsistenz. Hat sie sie selber gemacht? Nein. Tiefkühl. Lach auf raus, Alter. Ja, einfach Mozzarella-Sticks selber machen. Einfach Mozzarella-Sticks selber machen. Du sollst sofort die Griffe nehmen, da. Ah, guter Kaffee. Mozzarella-Sticks ohne irgendwie Dip. Doch, ich hatte so'n Dip. Diesen... Ich weiß nicht, was das für'n Dip ist. Guckt ihr die Challenge? Ab und zu schaut sie rein. Und verflucht mich dann meistens. Richtig, maun. Melina, bist du im Chat? So, ich chill jetzt hier, ne? Ich will mir jetzt was zu trinken. Da ich mich auch ganz weggewinne. Für wir sterben, geht's auf dich. Das Ding ist... Ich wollte eigentlich... Also, ich hab jetzt so viele Tage der Schere gemacht... Und jetzt erst noch viel Stream. Aber nach so'n langen Stream mach ich eigentlich immer einen Tag der Schere. Das kenn' ich gar nicht, da keinen Tag der Schere zu machen. Geht das? Macht ihr einen Tag der Schere? Lass uns im Stream, Jungs? Ich muss nach Paris. Direkt nach dem Stream. Also... Ich muss... Donnerstag nach Paris. Boah, aber Minecraft könnte ich mir vorstellen. Bisschen gemütlich. Aber ich... Aber ich brauch halt... Ich brauch jemand, der mir das einstellt. Ey, Jungs, wir müssen hier in die Zone ein bisschen. Komm mal mit. Und Miki, du bist echt ein Fettfleck, Digga. Dass du dich ja auch nicht wegbewegst. Mach das denn, Fabo? Ich hab Schluss. Digga. Mach das auf mich. Wie kalt ist es bitte in Berlin? Berlin? Mach doch ein bisschen Lohn! Aber Fabo muss das ja für den Schwachköpfe machen. Das ist einfach Eis. Mach du mir das Wort. Meilich? Ja, ja. Der hat es mit jedem gemacht. Äh, ich darf... Ich kann das halt nicht. Einmal ich... Letztes Jahr... Auf dem Balkon war das. Ich hab grad geguckt. Eli, minus 6 Grad sind in Berlin. Digga. Ich geh grad auf den Balkon. Ich dachte ich... Ich dachte ich mir am falschen Film. Mein Wasser ist einfach... Alle meine Sachen sind eingefroren. Bisschen frischer, wo ihr durchzuwirft und geil. Das ist ganz schön frisch. Miki, kommst du? Jungs, Jungs. Jungs, die Lobby. Es leben nur 27 Leute. Können wir bitte einfach in den Busch gehen? Ja, ich sag auch Busch. Busch, bitte. Wenn du eh das schmale sagst. Ey, Jungs. Äh, habt ihr ein... Wie habt ihr euer Setup aufgestellt mit dem Bildschirm? Ich hab einen normalen vor mir, einen Hochkant links für meinen Chat und einen rechts für die anderen Sachen. Ja, ich... 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 Ich hab zum Beispiel drei direkt nebeneinander. Also das ist so... Hast du einen Hochkant? Ne, gar nicht. Warst du mal gehabt? Ne, noch nie. Ich will das eigentlich haben. Hab ich bei Miki gesehen das erste Mal, das ist so OP. Ja, ich glaub ich hol mir auch einen Hochkant. Hochkant ist so OP. Ja, Miki. Okay. Ich hab Münze geholt und ich hab hier Loot. Ich komm damit zu euch. Gut, Macher. Ich würd einfach gerne in den Busch Jungs. Und ich hab hier auch... Automatisch... Ich möcht mich... Ich möcht mich gerne irgendwo rein lümmeln einfach. Kann ich mir ein abgeben? Okay, ich kann sie noch kaufen. Ich hab zwei Stücke, ich hab zwei Stücke, ist gut. Kommt da was raus? Miki, was machst du? Ja. Ich hab drei Fische. Ich bin auf dem Biss, Bro. Gib mir mal Muni, wenn ihr habt. Danny, gib mir mal Pumpen-Muni. Digga, es ist grad die halbe Lobby gestorben. Pumpen-Muni? Ja, uns. Sind bei dir Gegner, Miki? Nein. Kommt her. Ich hab was für euch. Holger sie raus, bitte. Du bist der Beste. Einmal fürs Warten hier. Warte, warte, Miki, mach nicht, mach nicht. Hier. Okay. Ah, Scheiß auf. Wo? Wo ist der Fisch? Hier, wo bist du? Hat der mal ein bisschen Sniper-Muni für mich vielleicht? Miki vielleicht, aber ich würd's die Miki geben. Ey, Miki. Ey, jetzt leben noch sieben. Was ist mit der Lobby passiert? Äh, Edi, bisschen Sniper-Muni vielleicht. Ich hab keine. Was hast du für ne Pump grade? Ne gute. Ich kann dir auch was anbieten. Drei Biggies. Willst du tauschen? Wieso nerven die so? Ne? Was denn? Jungs. Jungs, lass dich hoch. Drei Biggies. Lass dich hoch. Ich würd tauschen. Ne. Braucht die. Sturmvorhersage. Komm bitte mit. Oh ne, oder? Ist das der Fortnite Win? Das Win nüchtig in Chat. Na, das wär nüchtig, oder? Das wär nüchtig, oder? Bruder, vertraue mir am Ende, wenn die kommen. Ja, am Ende hier in so'n Lobby sind immer die so. Aber ich hab Sniper-Muni. 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 Und ich halt die Scheren auf. Ich hab gar kein Metall, Digga. Lecker, ey. Metall, Rort, komm her. Ja, Brau. Brau alles zu, Rort. Brau alles zu. Brau alles zu. Brau alles zu. Wenn du noch Holz brauchst oder Stein, jeweils voll. Ich bin stark. Ich geh oben aufm Hill und ich werd mein Elbenauge ausstrecken. Legner da! Was? Was sieht dein Elbenauge? Ist die Waffe stark, Chat? Hier liegt noch n Biggie, falls einer carryen kann. Hier ist auch n Schwempo oben. Besser wird's nie wieder, Jungs. Ja, wird's wirklich nicht. Besser wird's halt wirklich nicht, ne? Mach mal, bau das mal so, dass die's nicht kaputt machen, oder? Wie ist denn der Job der Waffe? Aber besser als die, die ich vorhatte, ne? Leg die weg. Echt? Das ist doch besser als die, oder? Allein wegen Ruckpunkt. Ich sag's jetzt. Die Runde ist gewonnen. So. Ab 1. Also wenn die uns hier wegholen, ne? Die sind hier drinnen. In dem Haus. Ja? Glaub ich schon. Glaub ich schon. So, und einmal gönnen. Wir können mit dem Trampo gleich hier hoch, Jungs. Wenn das passt. Das machen wir auch. Gönn Zone, einmal. Fick uns nicht. Wenn man den Freerotation mit dem Trampo jetzt so schickst, dass es die Steppenhilfe. Ach du Scheiße. Ey, wir müssen dann. Aber sollen wir schon hin? Ja, lass den. Ja, ich geh schon hin. Bauten mit Harten, also mit Metall oder Brick. Das ist eine richtig große Festung. Lass kurz schämen, bis die sich ein bisschen killen. Digga, was ist das für eine große Zone noch eigentlich? Das ist eine richtige Wichszone mit Wasser. Es sind eben noch sieben Gegner. Sieben Gegner. Da ist einer. Minus Null. Sehr schön. Sturmfeuersage. Habt ihr nicht die Sturmfeuersage? Ich hab diese Karte liegen lassen, aber... Da ist ein Meteor. Es gibt nur einen Meteor. Gut. Gut, Chrissy. Hier ist Sniper Moon. Noch sechs. Was ist das? Brauchst du Micky? Ja, ist gut. Hier sind mir die Jungs. Die kommen von der Insel. Das sind die Schwitzer. Ja. Wir spielen Bauern. Ich hab Angst. Einmal nur einen knocken. Ich hol kurz die Materialien da vorne. Sicher. Die kommen von genau da. Die kommen... Oh. Guck ihn an. Guck ihn an. Und die gehen noch durch, Jungs. Okay. Obwohl, geht, geht, geht. Die sind nicht da. Ich hab ihn jetzt voll gerollt. Ich kann hier wieder was abgeben. Mhm. Wir hätten weiter moveen sollen. Ja, Digga. Das ist eh... Also moving hier ist jetzt easy. Also das juckt ihn nicht. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Mal gucken. Was sind denn die Wichser? Oh, stark. Oh mein Gott, was? Boah, alle Jungs. Also... Digga, besser wird's nie wieder. Alter. Besser wird's hier wirklich nicht mehr. Lass die sich killen. Das Leben noch... Lass uns die... Das letzte Team soll sich killen. Ich baue uns halt wie so zu Anfangszeiten gerade. Entweder ist... Entweder ist zwei Trios oder ein Squad und ein Duo. So, die fighten sich jetzt. Eigentlich müssten wir uns einmischen, ja. Digga, Miki, was hast du da gebaut? Aber wo... Die fighten sich aber ganz schön weit weg. Ich check, ich seh' die nicht. Miki, was hast du da gebaut? Die sind da drüben. Fünf Gegner auf zwei Teams. Fünf Gegner auf zwei Teams. Es ist ein Trio und ein Duo. Er hat das gestört, was... Miki's Treppe ist gestört. Hier, warte mal. Es leben noch... Es leben noch vier Gegner. Drei Gegner. Ich check nicht. Warte, Kleider holen. Warte mal. Wir sind vier. Es leben noch sieben. Also noch drei am Leben. Auf drei Teams. Es ist... Ein Duo und ein... Es ist ein Duo und ein Solo. Das Ding ist over, Jungs. GG's. Ja, die sind da vorne. Außer wenn es ein Geek Duo ist. Ja, dann sind wir finkt. Die kommen jetzt von hier. Auf pinken Marker. Von da hinten sind die. Ich seh ihn. Ich sag auch nichts mehr gegen den Fortnite. Der ist so schön entspannt. Ey, Jungs, wir können jetzt eigentlich reingehen. Der hat den einen genockt. Der Sol hat den Duo. Ja, das ist vier gegen zwei. Er geht rift. Ne. Okay, das sieht aber ein bisschen vergeekt aus, Jungs. Aufpassen. Da ist der andere, Jungs. Der mit Resen, maybe. Ach du Scheiße. Der ist bei dem Bus. Ne, wir würden es ja hören. Von hier heute? Ne, wir würden es nicht hören. Ja, wir retten. Ich fick ihn. Ja, er rett's. Alles geschafft. Okay, Fisch aus der Luft. Ach du Kacke. Minus 33. Okay, hat geleckt. Ich war mit meinem Faden kurz drauf. Dafür kann ich nicht. Lass mal hier links lang. Kommt mal hier links lang. Wer ist denn? Ich halte die Mauer, Jungs. Da ist, glaube ich, ein Busch vor Ort. Ja, da ist ein Busch. Geh rein. Schild Craig. Ja, da ist Craig. Da ist ein Geek. Wir sind hier unten. Er ist ein Geek geworden. Pusht er dich? Ne. 116 von den Bastarden. Boah, Jungs. Warte, hilf mir. Warte, ich schwere gerade auf den anderen. Hier, hier, hier. Die Minus 33 Schweiz. Bin tot. Sicher? Das sind drei on me. Ja, genug. Ja, scheiße, oder? Ja, das ist eine Meere. Oh, das sind Geeks. Schön mehr High-Ground. Ja. Oh. Mehr Bastard, ne? Ist wieder nicht der Karl, ne? Mehr die Münze hier, du Bastard, ne? Mehr die Keime. Scheiße. Der pusht mich? Der ist hier. In der Box. Ich fick ihn. Du hast mich gefickt? Der ist so ein Geek. Er ist leider wirklich sehr gut. Ach du Kacke, er hat die Münze. Wo ist denn der Typ? Woher bist du da schon, Bro? Ich geh in die Zone, ich geh in die Zone. Ich hab nicht so viel Metz, ich hab nicht so viel Metz. Pass auf. Er ist wirklich gut, er ist noch hinter euch. Wer kommt hinter mir? Habt ihr Metz, habt ihr Metz? Ich hab keine Metz mehr. Ja, hab ich aber. Ich hab wieder am Brauchts, oder? Ja, der ist Void, der ist Void. Pickaxing. Hier Metz, hier Metz, hier Metz, hier Metz. Ich hab nur runtergebaut. Ist er drin? Zone, macht Damage. Sheelcrack? Ja. So, raus hier. Sehr stark, sehr stark, sehr stark, sehr stark. Der kracht so, sind wir nicht anfangen zu bauen, ne? Ja. Okay, machen wir so, wie Roard meinte? Ja. Wollt ihr das machen, Jungs? Ja. Ja. Roard darf entscheiden. Er hat einen Call frei, weißt du? Gut, dann mach ich auch noch meinen Call. Ja, du machst dann noch deinen Call. Wir starten mit, wir machen zuerst Mario Cards, ehrlich. Ja. Genau. Okay. Okay. Es ist R, B, X, Dengue, Differenz, Zappgif, an OG Alter, Scheele, Jungs Chat, kann mir einer Warzone einen Account geben mit Waffen? Ist ein Mod da gerade? Kannst du irgendeinen Warzone, Ranger, kannst du irgendeinen Account oder irgendwie, hast du eine Ahnung, wie ich einen Account kriege, der mit den OP-Waffen ist? Oder hast du einen Account? Zuschauer erstens Jungs Leons, hast du den neuen Account mit den neuesten? Jungs Ja Ja, ich bin da Habt ihr das auch? Das habe ich Her niets rückgief Ja, ich bin hier. Mhm. Nee. Ich bin nicht. Ja, ich bin sehr gut. Mhm. Digga, hast du so ein Ringlicht? Hast du keine Keylights? Ich hab ein Ringlicht, ja. Licht vom entgegenkommenden LKW. Ja, ist eh ein bisschen Licht. Digga, muss ich noch einen PC neu stellen? Was ist denn die los? Was soll die Scheiße? Ich kann es mal so nicht. Was du siehst. Wir haben so Joined, wohl mehr Duid. Ja, Jungs. Wir haben soанияste Product. Ja, ich schade. Alter, ich werde langsam müde, Chat, ne? Wirklich Route 6? Äh, sicher Justin? Ich werde langsam müde, Chat, ne? 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 Scheiße. Wir waren einfach schon voll, wir waren einfach voll, wir waren einfach schon voll. Mach. Wie viele Subs, dass du jetzt rein führst? Ich werde meine Freunde nicht hintergehen. Ja, für Subs und da gehst du uns. Ja, hau 20 auf den Tisch oder es gibt die Wahnsinns Jets, sag ich. Gibt mir ein Follow und ich lande auf der anderen Seite. Ja, das ist gut, ich hab's euch gesagt. Ja, Marcel, es geht nicht mehr ohne. Man muss immer alles verdecken. Man muss hier echt, man muss hier wirklich richtig paranoid leben. Edi hat den Arsch mal kauft in Minecraft, was heißt das? Ich hab' für 100 Zaps gesagt, Edi ist schmal. Mir ist doch scheißegal. 100 Zaps, Digga. Edis habe ich gesagt. Der Typ, der das geschrieben hat, Digga, der würde wahrscheinlich für einen Döner ganz verrückte Sachen sagen, die Fickschere heben, sag's ihm. Digga, bieten mir 100 Zaps und ich beleidige Edis auf allen Sprachen, die ich kenne, Digga. Was? Ich beleidige ihn so rauf oder so. Was? Was? Edis ist auch mal hinhalten da, sag ich. Nee, das musst du verstehen, mein Bruder Herz. Mag dich sehr gerne, aber du weißt, Zaps sind wichtig. Also auf Deutsch, nee, tatsächlich wären es dann Deutsch, Portugiesisch und Englisch. Würdest du auch sagen, Edis ist der Schmale? Edis ist der Schmale? Ich würde sagen, Edis ist der Lacher. Boah, sehr gut. Edis ist der Lacher, würde ich sagen. Für 100 Zaps. Fertig. W ist in der Schacht. W ist in der Schacht. Einmal Eisgut. Einmal Eisgut. Weil ich auf Madeira bin, weil er erstmal herfliegen muss. Und bis dahin kann ich hier ein paar glatzköpfige Portugiesen versammeln. Ungefähr ist der Dritt. Jungs, wir müssen uns langsam ansprechen. Bis wieviel Uhr machen wir heute? Bis wir einmal schlafen? Also, vier, zwei Stunden. Mindestens erst so 30, würde ich sagen. 30 sind glücklich. Du willst 30 Stunden streamen und dann schlafen? Dann ist es aber 20. Dann gehen wir um 20 Uhr schlafen. Und dann stehen wir um 3 Uhr morgens auf. Das ist lacherhaft. Kann ich machen. Also, es macht eigentlich Sinn, später, wenn es früh ist, schlafen zu gehen. Bis wir dann wieder so um 15, 16 Uhr zur Primetime reingehen. Ja, und dann müssen wir halt durchwirken. Ja. Also, wie wollt ihr heute schon schlafen? Na, oder wir machen dann, sonst müssten wir 35 Stunden aushalten ungefähr. Ja. 35 wird schwer, sag ich. Also, ich bin jetzt noch wirklich gigafit. Bei mir krass gar nicht. Komplett entspannt. Aber das kann sich ja, kennt ihr ja selber. Das kann sich immer ganz schnell ändern, so um 16 Uhr. Ja, ja, ja. Das ist so. Und wenn wir dann festlegen, auf 35 Stunden, dann wird es halt verwertet. Boah, ein paar Quarkbällchen. Micky, kann man Quarkbällchen bestellen? Ja. Quarkbällchen? Ja. Jetzt, jetzt ein Quarkbällchen. Na, jetzt ist es Quatsch, wenn man es jetzt macht. Das ist völlig verquatscht. Weil dann musst du durch Dings dann. Wieso schlafen? Ihr habt es doch gleich. Wenn wir verlieren sollten, mein Freund, müssen wir da bei Null anfangen. Da sind wir ja seit 15 Stunden dran. Wusche Berliner. Ne, ich hätte jetzt Bock auf so ein, boah, auf so ein geiles, belegtes Laugenbrötchen. Ja, ja, ist geil. Kommt, kommt gefährlich. Weißt du, was crazy ist, was viele, was underrated ist? Laugenstange und in der Mitte einfach fett Butter. Bruder, das habe ich im Flieger hier gegessen, ein Brezel mit Butter nur. Ja, ja, aber es ist geil. Ich sag, die hat sofort so reingeschallert, wie 5 Euro der Brezel. Das ist immer gigalecker. Ist wirklich geil. Gibt es in eurem Salzbrotach. Wenn ihr in der Deutschen Bahn Hunger habt, holt euch diese, diese, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist auch so Brezelmäßig, aber so dicker, größer und da ist so Butter in der Mitte und sagt, die sollen das warm machen. Ernst, guter Snack? Oh. Klingt verwittert, aber schmeckt, also Butter, Brezel, ehrlich, ehrlich krass. Muss man einen Achillessehnenriss operieren? Brezel mit Frischkäse und Schnittlauch klingt auch sehr geil auf jeden. Frischkäse auch sehr gefährlich. Mikey soll einfach Party-Animals wieder Pop auf Wort werfen. Mikey macht das mal. Laugenstange, ja, Laugenstange ist ja eh nicht eine Lauge und Brezel, ne? Digga, bist du so ein Romuladen-Esser? Digga, so auf einem geilen Ei-Brötchen. Ja, Mann. Ein Ei-Brötchen stinkt nach Scheiße ohne Remoulade. So. Das ist voll das Ding bei uns hier, ne? Was denn, also, wo hast du noch über eine Remoulade drauf? Äh, ne, also halt auch Ei, also, ich will mir immer so Käsebrötchen. Ja, ja, ja. Okay, lass kurz besprechen und zeigen, ne? Kohlade, Ei und dann so Salat. Lass kurz besprechen und zeigen. Ja, ja, ja. Ja, geil, geil. Ähm, hier, Jungs. Was ist, was ist Haven? Kennt ihr, Kennt ihr, ABC. ABC? Ja. Hier ist Sober nicht schlecht, ne? Ja. Ja. Ich sag, du spielst Cypher. Ich könnte auch den Schimper auspacken. Äh, spiel Brim, spiel Brim. Jo, Map. Spiel Brim, du hast mal gut performt. Mein, 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 mein Dings sind außer Respekt verdient. Mein, 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 mein... Ich sag's euch, Haven ist einer der geilsten Maps, ne? Kannste richtig abgehen. Für was denn? Zum Zocken generell. Also, Brim kannst du da auf jeden Fall spielen. Die meisten bekommen jetzt wiederum machen, ja, du musst aber eher oben spielen. Ne, eigentlich bräuchten wir echt einen Brim. Für Smokes, äh, Danny. Ehm, man Brim, bitte. Smokes wären krass, Danny. Für Brim spielst du wirklich gut, Danny. Oder die Wahnsinns-Jet. Das ist so sehr der Brim. Ich hab kein Problem. Das ist so einfach, Brim. Das ist der Breach. Nein. Das ist nicht der Breach. Die Jet. Nimm die Jet. Nimm sie. Nimm irgendwas, Bruder. Hab ich doch. Brim. Wurde Smokes hätten wir hier echt loslassen können. Erste Runde Velo, Chat. Geht mal alle einmal durch, eins bis zehn, wie müde ihr seid. Fünf. Ja, Miki? Fünf. Bei mir ist auch so eine fünf, sechs. Danny? Mute. Ah, mit Mute, sorry. Schere, vier, fünf so. Ja, bezau. Oh, laufen gleich gut. So lange die Subs kommen, wenn ich wach, sag ich so laut. So weit die Namen, lassen wir nicht aus. Ah, Subs. Subs ist immer gut. Ja, durch ein paar Naschies geht die Müdigkeit weg. Sehr gut. Ja, Sam, ja, ich hole mir eine kleine Koks rein, ist der blöde. Koks hilft, um wach zu bleiben. W ist in der Schatt. Koks hilft, um wach zu bleiben. W ist in der Schatt. Monatslohn wie ein Koks, Baron. Ich hole mir kurz eine Line rein in uns führen. Bei Danny eine 4,5 ist in zwei Stunden eine 7,8. Das? Ja? Das kann durchaus beim Kai passieren, unter einer Voraussetzung. Der Krawall. Und zwar, wenn er Krawall getankt hat. Wenn er dann 4,5 callt und auf Krawall und dann lässt der Krawall nach. Dann kannst du den Kai loslassen. Vor allem in den frühen Morgenstunden. Okay, Jungs. Kostensdrehe. Kostensratio. Kostensratio. Ich bin B. Ich bin B Mitte. Ich geh Mitte. Also, ich bin nicht B, sondern so ein daneben in diesem Gang. Matze macht da Dings. Ihr braucht nicht Mitte schauen. Matze, Katze. Schön, Matzes am Start ist, Bro. Liebe. Streamst du eigentlich die ganze Zeit Matze? Nee, nicht mehr. Ich war grad nur auf der Couch. Soll ich dir mal sagen, was du machen musst? Du musst wieder Elden Ring diese Dings. Wenn DLC kommt, Bro. Ja, dann musst du alles machen. Wenn DLC kommt. Wenn DLC kommt. Auf mir klar. In der Mitte sind die. Ich hab ein gutes Gefühl bei Velo. Die gehen A. Die lotieren A. Steh aus oben von mir, Micky. Nevermind.